Also, schon krass, schon krass. Und dann dieser Turm hier, also, Turm hier hat überhaupt kein Innenleben so richtig, ne? Vielleicht können wir hier in die Bibliothek oder sowas reinmachen, auf die DIA-Ebene. Ich weiß es ja nicht. Könnt ihr von mir aus entscheiden, ne? So, Diamantrüstung hält auch noch ein Stückchen. Wobei ich mir da wieder nicht so ganz sicher bin, wie lang die hält. Kommt drauf an, wie viele Monstern uns angreifen. Momentan brauche ich jetzt ein, zwei Boote und zwei. Ich bin heute noch ein bisschen gierig. So. Haben wir denn noch irgendwas hier an Glas? Acht, na, das reicht ja wohl kaum. Wir müssen Sandfarm gehen. Kein Zombie in der Nähe? Gut. Wir hoffen. Da hinten ist einer. Oh, oh. Okay, tun mir leid. Da hinten ist ja auch einer. Mensch. Kann noch nicht sein. Ja, jetzt kommt der da hinten an. Aber so kriegst du das ja nicht hin, ey. Ich muss schon dahin gehen. Ach, guck mal, der hängt da fest. Kann nicht hier von außen rum vielleicht hier ran. Kannst du mal hier abfahren. Falls da Zombie kommt, dann hauen wir ihn was mit der Schaufel, dann hauen wir ihn an und mit der Schaufel über die Rühe. Kann ja nicht schaden, ne. Jetzt ist man gestorben. Wenn mal, ich versuche mal, von hier oben abzubauen. Das würde besser aussehen auch. 36, kommt noch ein bisschen was dazu hier. 40, 43. Ist ja jetzt nicht so prickelnd, ne. Okay. Mann, ich hätte das eigentlich mit dem Trick wieder machen können. Ja. Der Trick funktioniert auch gut. Sieht hier so verwüstet aus, ne. Okay. Okay, ähm. Ja, den Turm könnte man natürlich noch verschönern, ne. Ist jetzt nicht gerade der schönste, muss ich schon mal sagen, ne. Aber ich, ähm. Ich finde, den kann man so lassen. Muss ja nicht jetzt hier der Oberprinzessinnenturm sein oder so. Aber sollte auf jeden Fall schon mal schön aussehen. Ein bisschen. So, da schmelze ich jetzt hier. Einmal 32, hier einmal 32. Na. Hier einmal 32. Und hier einmal das. So, hoffentlich reicht das. Was natürlich nicht reichen wird, jetzt kommt die Zweier-Ebene, ne. Oder? Ja. Da kommt noch die Einser-Ebene. Die mache ich nochmal. Weil ich einfach zu wenig Glas habe dafür. Toggle-Done-Full kann ich auch nicht machen. Ich arbeite hier nämlich nicht mit Befehlen. Sondern einfach. Warte. Hier gerade. Ist genau richtig gut. Gut, gut, gut. Nicht, dass ich da was Falsches mache. Sieht nämlich nicht gut aus. Wobei, das wirkt irgendwie so ein bisschen selten. Naja, egal. Deswegen ist es richtig. So. Mann. Oh Gott. Ich will jetzt kein Glas verschwenden. So. Ab jetzt läuft es wieder. Wir haben da auf jeden Fall noch ein bisschen was übrig. Von dem Stack. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Hier regnet es einfach runter. Eiskalt. Ja, schön, ne. Super. Hier regnet es eiskalt runter. Dass das geht, das wusste ich jetzt aber auch nicht. Hm. Ich dachte, bei Leitern regnet es hier nicht. Naja, gut. Ist ja nur ein Turm. Muss ja jetzt nicht der sicherste und beste, feste sein. So, dann warte ich hier jetzt mal eben so ein kleines bisschen, damit ich, äh, äh, ja, damit ich das Glas hier gleich raus bekomme. Ähm. Und dann geht es weiter. Das dauert natürlich alles so ein bisschen. 42, 45, das wird jetzt schon nicht reichen. Das seh ich jetzt schon. Warte mal. Wir können ja mal in der, in der Müllgrube gucken, ob wir da neue Freunde hier haben. Nee. Ähm. Seltsam. Weil dann nicht. Dann nicht, dann nicht, dann nicht. so, äh, äh, ähm, ja, schön, wie der ist hier durch die Rille erscheint, dieser dunkle, dunkle Turm, ne? Der erinnert mich ja ein bisschen so, wenn ich mir jetzt diesen Turm hier so angucke, ne? Erinnert, erinnert, erinnert er mich so ein bisschen an Herr der Ringe, aber nur so ein klein bisschen. Ähm, nur ein klein bisschen. Wobei ich ihn doch ganz schön, äh, äh, ganz schön finde. Also, als Turm, ne? Ähm. Gut. Wir haben ja nur zwei Öfen in Betrieb. Holz hab ich hier heute. Nee, aber Dreck. Dreck brauch ich nicht. Kabel brauch ich auch nicht. Granit und Diorit und, äh, Dings haben wir, haben wir jetzt relativ wenig, ne? Ähm. So. Drei Stück schon. Alter, das dauert so lange, ne? Ich möchte mich jetzt noch nicht auf den Weg machen. Uns fehlt jetzt nur noch eine Reihe. Also eine Doppelreihe. Sonst haben wir alle Reihen fertig. Und der Boden, der muss auch noch. Aber wenn da vielleicht Glas überbleibt, dann möchte ich, äh, Glas, pff, Glas, hab ich gesagt. Wenn der wahrscheinlich Glas überbleibt, dann möchte ich das Glas hier an Boden machen. Dann möchte ich vielleicht solche schönen Lichteffekte oder sowas an Boden platzieren, fackeln oder sowas. Keine Ahnung, irgendwelche schönen Lichteffekte oder sowas an Boden platzieren. Ich hab mir da schon was gedacht. Aber dafür muss das hier erst mal fertig werden. 13,64. Das wird nicht rein. Wir brauchen ein Stack mindestens für eine Reihe. Für eine Doppelreihe brauchen wir dann zwei. Wir können es versuchen. Wir können es tatsächlich versuchen. Also, so ganz, äh, ohne ist es ja, warte mal, hier ist ein Sand drin, hier ist ein Sand. Und dann warten wir nochmal den ab. Und dann brauchen wir langsam auch wieder Kohle fängt. Nein, das wird wenig. Gut, mal gucken, ob das reicht. Ich denke ja mal nicht. Oder ich glaube nicht. Aber glauben, wie wir alle wissen, ist nicht wissen. Glauben, wie wir alle wissen, ist nicht wissen. Glauben ist nicht wissen, würde ich sagen. Diese Doppelreihen sind schwierig. Super, da ist mir der Kabel weg. Wow. Alter, krass. Mach ich das erst mal so provisorisch. Wobei. Ich weiß gar nicht, ob das so schlimm ist. Jetzt hier so. Gut, wir verbrauchen schon viel. Hab ich was übergelassen? Nee, gut. Wir verbrauchen gar nicht so wenig. So viel. Aber es wird 31. Es wird nicht reichen. Das wird nicht reichen. Das wird nicht reichen. Neun Stück. Acht, sechs, fünf. Drei, zwei. Eins, null. Ich wusste es. Scheiße. Schlimm, sowas. Scheiße. Da unten ist irgendwo der Kabel. Da fehlt mir Kabel, da fehlt mir Glas. So groß ist das Problem, auch wieder nicht. Aber, ja, schon schlimm. So, jetzt, ja. Mein Spieler muss jetzt mal was essen gehen. Ein bisschen vielleicht noch mal gucken, wegen Sand. Warte mal. Warum tue ich die denn wieder weg? Drei Stück. Das wird ein Gebers. Ey, wir haben... Holzkohle. Wir haben eine Holzkohle, Mensch. Warum denke ich denn die an einen irgendwelchen... Scheiß hier. Ich sehe hier noch unten irgendwas. Ne, nicht so unbedingt. Kein Sand, ne. Null Sand. Null. Wow, 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 wow. Okay, dann betreibe ich erstmal wieder die... die Hühnerzucht hier. Dann lege ich das erstmal wieder zurück. Dann müssen wir uns dann wieder... in der nächsten Folge vielleicht uns... uns teilnehmen in der... Na, alter, was denn los? Ja, pfff. Scheiß Huhn hier. Dann kriegen wir jetzt tausende neue. Wir haben auch eigentlich genug. Diese Hühner werden immer anstrengender. Wie viele hier schon daneben gelandet sind und so... Ich würde sagen, beim nächsten Du haust das Thema ab. Und, äh, ja, du... Du warst auch ein tolles Huhn. Oh Gott, die sind so schwer zu kriegen. Ein Leben noch. Du hast noch ein Leben. Na, oh Gott. Geht doch. Mh, 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 mh. Ich hab euren Freund gegessen. Seht ihr das? So. Brot, Brot. Mh...